Zum Themenfeld Bodengesundheit und Stoffkreisläufe stellen wir Ihnen vier verblüffende Fakten vor. Fakt 1 Großes Bodengewusel In nur einem Gramm Boden leben Milliarden an Bodenlebewesen, darunter Organismen wie Pilze, Algen und Bakterien sowie tierische Lebewesen unterschiedlicher Größe. Fakt 2 Bodenlos arm dran Ohne Boden keine Land- und Forstwirtschaft. Erstaunlich! Deutschland ist dicht besiedelt und hat viele Straßen, aber 80% der Fläche werden land- und forstwirtschaftlich genutzt. Fakt 3 Bodenständiger Filter und CO2-Speicher Der Boden filtert Schadstoffe aus dem Regen und Grundwasser und sorgt so für eine hohe Trinkwasserqualität. Gesunde Böden speichern große Mengen an CO2 und spielen daher eine wichtige Rolle beim Klimaschutz. Moore speichern zum Beispiel 30% des weltweiten Kohlenstoffs, doppelt so viel wie alle Wälder der Erde zusammen. Fakt 4 Rein in den Boden Bei der Expedition Erdreich, der großen Citizen Science-Aktion im Wissenschaftsjahr, können Sie der Wissenschaft helfen, Daten über den Boden zu sammeln und dabei die faszinierenden Stoffkreisläufe in der Natur kennenlernen. Weitere Informationen und kostenlose Aktions-Skits gibt's unter expedition-erdreich.de Und das ist noch lange nicht alles. Mehr Momente sowie alle Quellen zu den Fakten gibt's hier. Diagnostal Fakt 4 Rein in den Boden Gefach sitio Fakt 4 Rein inmate